Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Inka Bause und ihre Tochter wirken gemeinsam beim RTL Spendenmarathon mit. Es ist das erste Mal, dass die Zuschauer Annelie in einer Show zu Gesicht bekommen. Inka Bause und ihre Tochter Annelie Bruch stehen am heutigen Donnerstag, den 17. November, zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Die Bauer sucht Frau, Moderatorin und die ausgebildete Meisterfotograhin haben für den RTL Spendenmarathon zusammen an einem Projekt gearbeitet, dem Bauernkalender. Dafür hat die 26-Jährige die Kultbauern der Sendung ihrer Mutter in Szene gesetzt. Die Idee stammt sogar von der Tochter. Sie habe mitbekommen, dass der Sender noch einen Fotografen oder eine Fotograhin für den Bauernkalender suchte, erzählte sie laut einer. Hey guys, this is Gansham. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.